ich begrüße euch hier zurück auf etwas mehr wasser zum zweiten teil zum khkeeper und dosierpumpe den markus habe ich mir wieder als hilfe geholt und ja wenn euch interessiert wie das ganze zusammenarbeitet bleibt dran bis gleich nach dem kurzen intro ja leute wir geben uns heute an den zweiten teil genau zum khkeeper haben uns schon mal ein bisschen kaffee dazu gepackt weil könnte klein bisschen länger werden wahrscheinlich und ja es gibt einige sachen die ich noch nachreichen will die jetzt beim laufenden betrieb aufgefallen sind die ich im endeffekt getestet habe hinweisen nachgegangen bin was besser ist und fangen wir mit dem offensichtlichen an das ding der khkeeper macht richtig geilen job ich blende da jetzt mal die aktuelle kurve mit ein du bist ja wirklich mega begeistert von das ist wahnsinn das ding das ist das was du mir gezeigt haben muss ich auch sagen das ist die sieben tages kurve hier im moment packt man mit jetzt in die aufnahme rein ich habe auch ein bisschen mit der dosierpumpe ein bisschen gespielt und tatsächlich zu verschiedenen tageszeiten unterschiedliche mengen an kh flüssigkeit eingestellt so dass die schwankung tatsächlich über den gesamten tag auch in der nacht nicht mehr wie 0,3 0,4 maximal ist jetzt mal ganz einfach mit einem normalen wassertest jetzt sogar gar nicht feststellen die schwankung also man muss aufpassen dass man sich nicht verrückt macht das ist jetzt meckern auf ganz hohem niveau ja ja ist ja gut dass er macht ist ja schon ein knaller das ist schon echt wahnsinn was ich euch jetzt noch mal zusätzlich einblende ist es hat sehr viele gegeben die gesagt haben das ding ist sehr laut muss ich leider bestätigen dieses gerät also die tritt ich mach es nochmal eben auf und zwar liegt das tatsächlich hier an der titrierpumpe die hier oben der unsere messflüssigkeit hinzugibt diese pumpe ist tatsächlich so dermaßen laut der geräuschdämpfung wäre da schön gewesen also die beiden pumpen arbeiten vollkommen ruhig vollkommen leise ohne probleme da kann man sich auch ganz ehrlich gesagt nicht genug beschweren aber wenn die die reagenz dazu kommt ich lasse das mal eben kurz oben mitlaufen dann hören wir das kommt das mal zu gut an es ist schon heftig also die lkh keeper ist im schrank direkt an der wand verbaut hat natürlich über die schrauben den direkten kontakt zum schrank kannst du nicht hinten einen moosgummi oder einen filz da nicht aber die schrauben übertragen die marschen wir auch aber zumindest hast du dann gehäuse das macht ja auch noch eine resonanz ja ein bisschen dann von dem schrank von der wand klar die schrauben die aufwärmung oder man müsste über die schrauben einen schlauch drüber ziehen werde ich noch mal ausprobieren das würdest du auch noch machen das werde ich definitiv noch mal probieren ob wir da eine möglichkeit haben das zu entkoppeln ehrlich gesagt das gerät macht einen bomben job und das passt wunderbar jetzt kommen wir zum nächsten punkt ich bin angeschrieben worden von sehr vielen zum thema kalibrierung und zwar wir sind der letzte mal hingegangen und haben das gerät hier genommen und nach vorne gekippt um auszusch um die kalibrierten flüssigkeiten rauszukippen ist nicht so ganz hundertprozentig in ordnung gewesen ist richtig es gibt halt die möglichkeit ich nehme jetzt mal die sonde hier raus und jetzt muss ich die röhrchen nach vorne drücken das in der mitte muss ich rausnehmen so für effekt damit das nicht abbricht das ist von der zitrierung die müssen auf der halterung ausgedrückt werden so dass sie nach vorne stehen und dann kann ich natürlich hingehen und dieses glas so rausnehmen man muss darauf achten dass hier oben die das silikon die silikonschläuche nicht geknickt sind also die müssen den gleichen durchmesser haben bei der kalibrierung dann kann man auch hingehen und das ohne probleme wieder hochnehmen reinstellen und kalibrieren das nächste wir haben ja über diese messröhrchen hier gearbeitet und das ist eine variante und ich hatte tatsächlich eine ja eine differenz einen korrekturwert von knapp 0,6 bis 0,8 den ich eingeben musste und das fand ich schon heftig ich habe hier drüber kalibriert dann musste ich den korrekturwert eingeben aber ein anderer youtube kollege hat das ganze mit einer feinwaage gemacht per zufall hatte ich die auch habe aber nicht daran gedacht meine frau die macht das mit kosmetik und so die dinger sind übrigens recht günstig kriegt man bei großen namhaften versandhandel mit dem großen a für 15 bis 20 euro gehen bis 200 gramm und darüber habe ich dann die kalibrierung gemacht und da kann ich euch auch mal eben das entsprechende bild mit einblenden da kann man genau sehen moment ich muss den zeitraum vergrößern das war am 13 februar und da seht ihr ganz genau da ist ein piek drin da bin ich nämlich hingegangen und habe über die feinwaage kalibriert also sprich ich habe das glas rausgenommen habe das glas ausgekippt komplett trocken gemacht auf die waage gestellt und im vorfeld natürlich genullt so dass alles was zusätzlich rein kommt dann halt gewogen wird also das ist wichtig dass es trocken ist dass es dementsprechend genullt wird auf tara also und dann kriegst du jetzt auf so und dann kann man wirklich hundertprozentig das ganze einstellen und als ich die kalibrierung damit gemacht habe hatte ich tatsächlich zu meinem tröpfchen test den ich mit einer reagenz überprüft habe hatte ich einen unterschied von 0,1 ich habe es jetzt nicht mit der icp gegen gemessen ich habe jetzt keine große referenz gehabt womit ich jetzt da jetzt gemessen habe so nach dem mutter der misst jetzt nur die referenz habe ich nicht gemacht also wenn ich einen guten karte ist habe zu hause messe und vorher auch überprüft habe mit einer referenzlösung dann brauchst du das auch nicht mehr mit einer icp gegenprüfen weil das ist auch jetzt nicht unbedingt genauer kann ich sehr gut zu hause prüfen ja das ist kein thema also ich bin hingegangen habe den den test von ati habe ich der ist gut der ist ziemlich gut und die entsprechende testreagenz da ist der test wirklich spitz auf knopf gewesen da brauchte ich auch keinen kulturwert bei dem tröpfchen test 1 zu 1 zum gleichen zeitpunkt gemessen wo der khkeeper gemessen hat die 0,1 dann eingegeben und das hat wunderbar funktioniert also der lag 0,1 daneben den korrekturwert den habe ich jetzt im moment wird auch regelmäßig ich sag mal überprüft ich packe das hier mal eben zur seite dann gibt es noch so sachen ihr seht ich habe momentan das licht aus wenn ich das das gerät ist irgendwo stehen habe und ich brauche dieses licht jetzt nicht wirklich ist es vorteilhaft das auszumachen weil wenn ich mir jetzt das glas hier angucke bei beläge richtig man muss natürlich hingehen und regelmäßig dieses glas reinigen man muss auch regelmäßig hingehen und die sonde hier reinigen weil sobald licht daran ist in welcher form auch immer wir haben ja grün wir haben rot und wir haben weiß von der led so wenn dieses licht dauerhaft da unten an ist ist es vorteilhaft ähnlich wie wenn du jetzt im technikbecken ein abliegerbecken dann kann es sein dass diese sonde relativ schnell belege ansetzt und dann wird die messung auch wieder ungenauer und dann verlässt man sich zu sehr auf dieses gerät also man muss es natürlich regelmäßig überprüfen und dann ist ja mit allen messgeräten ist ja auch bei einer mcp-maschine müssen geratet werden also das ist ja da muss ich meine wartungsintervalle einhalten ich kann nicht drauf bauen dass das dinge jetzt ein jahr komplett störungsfrei durch läuft das funktioniert nicht also da muss man schon gucken messinstrumente müssen immer wieder geratet werden müssen auch mal wieder neue kalibriert werden da sollte man ein bisschen nach gucken dann kann man sich aber auch so ein gerät ist egal ob jetzt der kh-keeper oder andere geräte jetzt sag ich mal dann kann man sich da absolut drauf verlassen da ist halt die pflege das ist grundsatz nummer eins also nicht hinstellen einmal kalibrieren läuft er muss regelmäßig überprüft werden ich habe das ganze jetzt nach einer woche gemacht hat auch die entsprechenden kalibrierungslosigkeit die sonde noch mal gemacht und da hatten wir beim letzten mal auch ich sag mal nicht direkten fehler wir haben nach der kalibrierung der sonde das versuche ich auch noch mal einzublenden sind wir hingegangen und haben ja überhaupt den wert selber überprüft kann man ja sagen ph-probe beziehungsweise die genauigkeit überprüfen genau richtig so und wenn ich jetzt hingehe und die genauigkeit überprüfe da ist übrigens auch ein update gekommen die bei im letzten video hat das ganze eine minute gedauert der kalibrierung und jetzt mit dem neuen update dauert die kalibrierung pro ph 4 und pro ph 7 5 minuten ja es hat sehr viel länger geworden und wenn ich jetzt mehrere messeintervalle in der zeit der wird wahrscheinlich dass dadurch wird wahrscheinlich auch genauer geworden sein und anschließend dann bei der überprüfung hat das auch wirklich dann funktioniert wenn ich dann hingehe und die genauigkeit überprüfe steht aber auch in dem text und haben wir auch nicht gesagt gehabt muss natürlich die sonde erst mal mindestens eine minute drin sein damit die entsprechenden werden sich angleichen können das habe ich gemacht ph 4 und ph 7 waren spitz auf knopf der hat wirklich keine abwaschung bei 4,0 und 7,01 wieder meckern auf hohem niveau aber je genauer desto besser ja aber 0,1 ist zu vernachlässigen alles in allem sind da jetzt auf verbesserungen gekommen es wird auch noch ein update kommen wenn es nicht schon draußen ist müsst ihr bei refactory mal selber schauen in den gruppen oder bei aquamid da wird dann dementsprechend stehen ob das neue update schon draußen ist für die neuen geräte ist einiges verändert worden also refactory ist da wirklich dran da muss man wirklich sagen bei den ganzen produkten die nehmen auch die kritik doch auf sage ich mal die prüfen was verbessern können und so weiter genau ich denke mal da wird da wird immer mal wieder was 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 kommen dass die sagen so wir wollen ja auch weiterkommen richtig die gehen auch tatsächlich hin und nehmen das auf was ich sag mal was die kundschaft beziehungsweise die user denen denen sagen und wenn sie dann merken okay da ist irgendwas im argen da müssen wir was dran machen dann kommt dann ist auch schon eine reaktion drin also da sind die jungs wirklich gut dran so muss es sein das wünschenswert zumindest richtig machen also ich du bist sehr zufrieden mit dem teil so wie ich das jetzt mitgekriegt habe aber ich sag mal bis auf die lautstärke halt wir haben ja oft wir schreiben ja regelmäßig und oder telefonieren regelmäßig ich bin ja jetzt nicht hier aber er hat mir da wirklich berichtet und er ist wirklich begeistert davon und ich muss wirklich sagen also die begeisterung teile ich jetzt obwohl ich es nicht bei mir am becken habe aber absolut mit gut mit der rolle habe ich ja schon gerade vorschläge gemacht das waren jetzt meine vorschläge das in der schraube vielleicht in gummischlauen silikonschlauch auf sie ist noch hinten und klein so zwei so die man unter der stühle klingen kann ja 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 das kostet nichts die kristallballen haben wir mal gucken ob das in irgendeiner form geht ja und dann hast du dann halt die resonanz nicht mehr so sag ich mal dass man dann denke ich mal dann liegt das auch so aber die misst ja letztendlich drei oder viermal messen wir momentan zum einstellen über mit der pumpe hat hat sich die messeintervalle auf vier stunden takt erhöht vier stunden und wie lange dauert die messung nochmal zwischen 15 und 18 minuten die pumpe die läuft ja nicht die ganze zeit das sind zwei bis drei minuten circa also die pumpt ja erstmal die menge x rein wo man dann auch direkt gleich zum nächsten thema kommt ich habe nicht schlau gemacht was ich euch versprochen habe es geht um das rückpumpen des wasser ins aquarium ganz wichtig da kommen wir gleich zu die pumpe selber braucht ungefähr anderthalb auf zwei minuten je nachdem bis die ja den entsprechenden wert erreicht hat klar ist natürlich wenn jetzt einer empfindlich ist von der rolleskulisse und du hast das ganze aquarium total leise und alles die technik und so weiter und du hörst nichts aber man muss es jetzt auch mal so sehen man kauft hier ein gerät wo man im prinzip selber ja alles oder ich sag mal fast alles dran machen kann ich kann die ph sondern ohne probleme austauschen ich kann die pumpen ohne probleme austauschen man bekommt von refactory alle sachen nach und es ist so gebaut dass man alles selber machen kann ja ich sag mal ich sag mal der pumpe ist so ein kritikpunkt wo wir jetzt beide sagen da ist auch alles wieder jammern auf hohem niveau muss man einfach mal kippen klar sagen so da gibt es ganz andere punkte die viel mehr krach machen oder auch ähnlich krach machen also da brauchen wir uns nichts vormachen das kann man mit leben man kann das ein bisschen selber optimieren vielleicht wird refactory auch noch mal was optimieren weiß ich nicht aber an sich das teil so wie daniel auch mir das berichtet hat also das ist schon bombe ich finde es auch genial ich bin auch über nachdenken mir das vielleicht zu holen und ja ich finde es gut also man muss nicht mehr so ganz so viel messen man muss natürlich klar das gerät im anfang gerade wenn man es jetzt wie du schon selber sagst wenn ich jetzt das anfange dann mit den messungen zum einstellen bis man da mal so drin ist mit dem messen dann okay da muss man ein bisschen öfters mal auch mal nachmessen also mit dem kh-test nachmessen aber wenn das ding dann auch mal läuft dann hat man auch größere intervalle dass man sich jetzt nicht mehr riesen kopf machen klar ja bei unklären ergebnissen das sagen wir immer egal ob ich einen tröpfchen test mache ob ich jetzt einen kh-keeper habe dann sollte man immer gegenschicken also wenn ich mir einen wert nicht erklären kann warum auch immer dann muss ich prüfen dann muss ich das ding dann auch mal neu kalibrieren vielleicht auch mal ein kh-behälter mal nachgucken ist da noch der schlauch richtig drin oder so was oder knickt oder ist da was verstopft kann ja alles sein und ich denke mal aber glaubt im großen ganzen also ich finde das dinge super verarbeitet ich finde das auch schick sieht auch optisch gut aus gut haben wir eigentlich so weit an das neue pumpe bist du auch sehr zufrieden mit der blusierpumpe da kommen wir jetzt gleich zu kommen wir jetzt zu dem punkt den ich für euch recherchiert habe geht sich um das reagenzwasser wir haben ja die möglichkeit dieses getestete wasser wieder zurück ins aquarium zu pumpen da haben wir uns beim letzten mal gefragt warum wie geht das ist eine ganz einfache sache es wird mit einer also dieses gerät arbeitet mit dem ich sage mit einem gewissen ph bereich also der ph von der anfangs probe wird gemessen und dann kommt die reagenz dazu und dann geht das ganze runter bis zu einem ph 4,2 oder so in den dreh müsste ich noch mal nachschauen das wird ja dadurch erreicht dass verdünnte salzsäure dazu gegeben wird diese verdünnte salzsäure ist im prinzip nichts anderes man senkt den ph-wert hier drin deshalb haben wir die ph-sonde das heißt es ist nichts an chemie die nicht auch in unserem becken gebrauch verwendet werden könnte das ist ja nichts die wird das so wort oder jetzt kommt das aber und das ist eine sache die ist ganz ganz wichtig mache ich das in einem großen becken wie mein becken und habe eine ph ph monitor dran so wie ich den auch dran habe dann kann ich das machen ich muss es aber überprüfen wenn ich jetzt tatsächlich jede stunde hin gehe und jede stunde wieder sagen wir mal diese 55 ml mit ph 4,2 zurück pumpe in mein becken senke ich dann durch natürlich in gewisser weise mein ph wert was nicht wünschenswert ist weil wir wollen ja nach möglichkeit bei dem ph von mindestens 8,0 bleiben ich arbeite bei mir im becken mit einem zusätzlich noch mit Atemkalk weil ich ja momentan auch oben alles abgedeckt habe bei vier messungen am tag merke ich eigentlich nichts davon ja an dem 5,600 Liter bei dem verbrauch auch mache ich das jetzt bei so einem becken wo das volumen sehr viel kleiner ist und ich sag mal dann keine 200 ml von ph senkenden flüssigkeiten reinkommen fällt das sehr viel schneller ins gewicht da habe ich auch ein ph meter dran was auch mit dem anderen becken konform ist mehr oder weniger bei 8,2 beziehungsweise 8,4 das ist so ungefähr der dreh wie das becken wo das becken steht wenn ich da jetzt zu viel messungen mache damit durch dadurch denke ich mein ph wert und das wollen wir im endeffekt nicht das ist die gefahr dabei die beachtet werden muss also man kann eigentlich sagen fazitmäßig hier kommt es dann doch wirklich auf die größe an da kommt es wirklich auf die größe also das ist der hintergrund dass man das zurückpumpen kann ich mache das momentan schon seit anderthalb wochen es hat jetzt keine große keine große auswirkungen mein ph ist ungefähr um 0,1 gefallen also ich habe im maximum eine 8,4 8,5 gehabt es liegt bei einer 8,2 8,3 also ist man merkt das schon ok stellst du fest ja gut jetzt muss man dabei sagen dosierpunkt ich habe den punkt nicht ausgestattet ja gut aber ich sag mal du hast ja jetzt auch wirklich alle vier stunden aktuell noch eine messe drei messungen wenn man einmal den level eingestellt hat dass die dosierpumpe dann das den level halten kann dann reicht das vollkommen aus da kann man auch mit den messungen wieder runter gehen ich würde auch sagen wenn man jetzt bei einem kleineren becken oder generell ja das nicht möchte dann sollte man den dosierbehälter also den abwasserbehälter nutzen also damit das ganze zurückgepumpt wird in den abwasserbehälter dann kommt man über die dosierpumpe ein bisschen salzwasser nach und wenn man dann hingeht und den level erreicht hat und sagt ok jetzt passt das jetzt habe ich den level erreicht dann kann man die anzahl der messungen ja runtersetzen und dann kann man sagen ok jetzt pumpe ich es wieder zurück ins aquarienwasser du musst dabei sagen wenn ich es nicht mag wenn ich es in den abfallbehälter dann muss ich natürlich mit salzwasser ausgleichen sonst süße ich mein becken auch wieder aus das muss man halt bedenken dann wollte man einen zweiten behälter machen dann dosierpumpe hat jeder in der regel sag ich mal bei so einem becken dann pumst du halt da deine sag ich mal du verbrauchst ja pro messung nochmal 120 war das? ähm ne 50 also da nimmt ja was drauf einmal zum reingehen ja knapp so um die 80 90 ml gehen ist einiges wenn man extrem viele messungen am tag macht dann sollte man jedes mal 90 ml aqua also angesetztes frisches wasser ja was die gleiche PSO wieder wecken sollte man dann wieder zuführen und das andere in den abfallbehälter ja dann macht man mini wasser wechsel aber das wäre ja nicht oder? ne das war nicht so viel war das gar nicht so viel? weil der geht ja hin nimmt sich diese 40 ml raus ok testet dann mit diese 40 ml gehen in den ich sag mal in den Eimer ja und dann füllt er das behältnis wieder neu um die sonne feucht zu halten ja ja dieses wasser um die sonne feucht zu halten geht automatisch wieder zurück ins becken da kommen wir ja wieder rein ja also haben wir im Prinzip nur diese 40 ml die tatsächlich verbraucht werden und das muss man dann hoch rechnen damit das dann dementsprechend das becken nicht aussüßt also das müsst ihr definitiv im auge behalten gut das jetzt dazu und kommen wir zu diesem gerät was ich gerade schon verselbstständigt hat was ist programmiert? ich habe ein Programm im Moment laufen und habe jetzt nicht darauf geachtet dass er gerade einen Dosierpunkt gehabt hätte das Einbinden dieses Gerätes funktioniert genauso wie das mit dem KH-Keeper es hat ein eigenes Netzwerk in dieses Netzwerk klinken wir uns ein dann werden die entsprechenden Daten abgefragt ich mache jetzt hier mal die Bildschirmaufnahme mit an dann können wir uns das ganze angucken wie das aussieht wenn das eingebunden ist das wäre dann jetzt hier die Oberfläche so wie ich sie im Moment habe ich habe einmal die Möglichkeit die Menge meines Dosierbehälters anzugeben damit ich weiß wie viel noch da ist du kannst dann aus dem Urlaub praktisch sagen so um jetzt muss aber die Werte mal nachgefüllt werden dann habe ich hier wieder Menü da kann ich meine aktuelle Dosierung bearbeiten ich kann dem sagen der soll die nächste Dosis oder den nächsten Punkt überspringen da kommen wir dann gleich auch noch zu das ist wichtig wir haben exportieren importieren habe ich mich noch nicht mit beschäftigt und wir haben die Übersicht wie er im Moment dosiert hat so ihr seht das ist jetzt auf einen Monat gerechnet jetzt gehe ich eben mal auf die Dosierung heute und da zeigt er mir dann entsprechend an wie die Dosierpunkte sind wie viel ich habe hier im 0 zwischen 0 und 3 Uhr habe ich weniger eingestellt da dosiert er in der Nacht etwas weniger und am Tag ist das höher das ist im Prinzip ja das habe ich dann vom KH Keeper übernommen ja das ist ja weil er zeigt sie jetzt anders also normalerweise würde man das wahrscheinlich kaum messen bei so einer Beckengröße diese Schwankungen mit der Nachtabsenkung in dem Fall hat man die Spiele rein und sagen okay ich mache das jetzt mal genau dann senke ich halt die Dosierung bis in der Nacht ab oder Tag ein bisschen mehr so dann haben wir jetzt hier die entsprechenden den Dosierplan ich habe über den gesamten Tag ne gehst du hoch habe ich 14 Dosierpunkte verteilt diese 14 Dosierpunkte habe ich extra gewählt damit die Dosierung der KH Flüssigkeit sich nicht mit der Messung des KH Keepers überschneidet ja ich habe dem KH Keeper gesagt pass auf du misst jetzt vier mal das heißt der misst um 0 Uhr der misst um 4 Uhr 8 aber die Dosierung machst du alle halbe Stunde sag ich mal als Beispiel um 38 Uhr wenn der um 8 Uhr misst das richtet der hier selbstständig aus wenn ich sage ich möchte Start 0 Uhr haben so wie ich es hier auch als erstes habe oder 0 Uhr 17 da bin ich umgegangen und habe gesagt starte um 0 Uhr 17 damit ich krumme Zahlen habe und außerhalb der Messung bin weil der misst ja so zwischen 15 und 20 Minuten sag ich jetzt mal grob damit die Dosierung anschließend stattfindet und wenn ich jetzt hier mal drüber gucke die erste Messung wäre 0 Uhr würde die kommen und da würde um 0 Uhr 17 die erste Dosierung kommen und warum sonst würde ja die Messung verfälscht werden Richtig so einen hohen KH würde ich vielleicht messen wenn er gerade dosiert hat ist aber das was ja auch bei den KH Test bei einem Treffentest ähnlich ist das wo dann auch Leute Fehler machen die passen nicht auf die gucken nicht wann hat meine Dosierpumpe gerade dosiert und da ist gerade so ein Schwall KH reingekommen ja jetzt messe ich und dann kommt die ECP und sagt ne stimmt ja alles gar nicht ne also das ist eine Sache wo ihr definitiv auf aufpassen müsst dass die Dosierung nach Möglichkeit nach der Messung stattfindet dafür könnt ihr die entsprechenden Uhrzeiten hier auch wie ihr wollt verändern ich gehe jetzt mal hin und und lösche jetzt mal alle Dosierpunkte die ich gemacht habe und dann komme ich zur Dosis Konfiguration so jetzt kann ich dann hingehen und sagen pass auf ich habe jetzt rausgefunden ich brauche über den gesamten Tag 80 Milliliter und ich möchte die Anzahl der Dosierung 14 Stück haben und ich kann im unteren Teil noch angeben die Startzeit hatte ich ja bei mir auf 17 gestellt 0 uhr 17 und 0 uhr 18 ist eigentlich egal so und ich kann auch die entsprechenden Tage noch angeben da wir KH dosiert brauchen jetzt ja täglich ich kann jetzt wenn ich möchte verschiedene Spure Elemente noch darüber dosieren wenn ich das möchte 3 Tage mal ein bisschen Tropfenstron zu machen genau so ein bisschen Mobilität also es ist definitiv sehr schön gemacht dass man vor allem einfach so dann sage ich Dosis erstellen der hat 80 Milliliter Flüssigkeitsmenge 14 Dosierungen und erstmal alles gleichmäßig verteilt gut das ist doch perfekt ja jetzt weiß ich aber ich möchte jetzt hier weniger haben das war glaube ich eine 4,06 und hier möchte ich eine 4,06 haben das weiß ich jetzt noch vom letzten Mal okay das ist jetzt ja der geht aber auch gleichzeitig hin wenn man oben dann in die obere Seite guckt und reduziert die Menge die Gesamtmenge weil ich ja jetzt auch weniger eingebe da muss ich jetzt darauf achten so jetzt korrigiere ich das ganze den Wert und setze wieder hoch auf 80 aktualisieren so der hat zahle auf 4,32 gemacht aber das passt ja klar der geht jetzt tatsächlich hin wenn ich die Gesamtmenge dann erhöhe ob ich das jetzt über Prozente mache oder über Menge das rechnet er mir alles auf die Gesamtdosierung aus und entsprechend erhöht er auch die anderen Werte genau und trotzdem hast du die Nachtabsinnung trotzdem habe ich jetzt dadurch dass ich vorher hingegangen bin und habe das runtergesetzt genau ansonsten ist das 7,61% von der Gesamtmenge und in der Nacht dosiert er mir nur 5,4% von der Gesamtmenge somit kann ich hingehen und kann unterschiedliche Dosierstellen einrichten wie ich das möchte und das funktioniert wunderbar perfekt ja dann kann ich noch hingehen und kalibrieren funktioniert im Prinzip genauso wie das beim KH Keeper funktioniert hat hier bin ich auch hingegangen und habe die Feinwaage genommen und das passt auch wunderbar ich denke das müssen wir jetzt nicht großartig zeigen das ist das gleiche Spiel ist ähnlich wie bei anderen Dosierpumpen auch denke ich mal das wird so viel Unterschied nicht sein ich kann auch hier wieder hingehen habe ich wieder die Möglichkeit das System erstmal zu befüllen das ist ja Grundsatz Nummer 1 es muss installiert sein die Schläuche müssen ja nicht mehr gefüllt sein sonst wird es ja in der richtigen Länge sein also das ist zum Beispiel der Schlauch den ich jetzt hier für mein KH habe und das ist dann hier die Schlauchlänge die dann von der Dosierpumpe zum Becken hingeht genau das muss gleich sein man darf jetzt also nicht sagen ich mache jetzt andere Schläuche dran und kalibriere da drüber dann verfälscht man wieder das Ergebnis also es muss nach Möglichkeit mit den Originalschläuchen gemacht werden was eigentlich auch logisch ist weil ja die Füllmenge sich von den Schläuchen ändert wenn ich jetzt dosiere dann kommt der da vorne nicht mehr raus ja man muss es aber ich habe schon genug Leute gehabt die gesagt haben ja ich habe den alten Schläuche genommen dann habe ich die gemacht dann wundern die sich dass die Kalibriere nicht funktioniert weil die Pumpen arbeiten tatsächlich ihr habt es auch gesehen hier in einem Nullkommabereich und da muss es dann passen da muss man wirklich mit dem Originalmaterial arbeiten ja alles in allem gehen wir mal zurück das ist die letzte Messung die ich habe die 7,55 ja und da sieht man auch 0,11 ist das ganze jetzt abgesackt warum was habe ich gemacht ja keine Ahnung man kann im Prinzip auch sehen ich gucke mal ob ich das hinkriege hier ich gehe jetzt mal 7 Tage zurück ich bin irgendwo hingegangen und habe genau am 14. Februar war es da sieht man mal kurz dass das ganze angestiegen ist ja das lag daran da habe ich die Strömung hingestellt ach dann hat der jetzt wahrscheinlich anders sag ich mal vermischt ne der hat es nicht anders von mich ich habe im Becken in meinem Hauptbecken die Strömung umgestellt und die Korallen haben gesagt was ist das denn jetzt hier von Mist ach von die das hatten wir so lustig haben die dann fast das ist nicht mehr so lustig haben nicht mehr so viel Verstoff wechselt nicht mehr so viel KH aufgenommen das hast du direkt gesehen der KH ist dann anstatt um ich sag jetzt mal 0,01 oder so abgefallen abgefallen oder gestiegen ist da tatsächlich direkt um 0,3 nach oben ich guck so oh das stimmt irgendwas nicht ja ja aber wir reden jetzt über 0,2 ja das ist wieder meckern auf hohem Niveau aber da konnte man dann sehen ja 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 genau ich sag mal so wer es genau nehmen will und man kann es sehr genau nehmen das Gerät kann es einfach das ist das Fazit eigentlich sag ich mal was man dazu sagen kann genau wie mit der Dosierpumpe also man kann die ganzen Sachen wirklich auf die Spitze treiben damit wenn man das mal wirklich so jetzt ist ja gut ist ja positiv definitiv war jetzt kein Mangel oder so ja 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 also man kann es machen aber man kann es auch ein bisschen verrückt machen denke ich mal auch da muss man aufpassen dass man sich nicht bekloppt macht mit der Messung das Schöne an der Sache ist ich habe mir jetzt hier einen entsprechenden Bereich definiert der liegt zwischen 7,0 und 8,31 das ist mein Maximalbereich so jetzt habe ich ja jetzt haben wir noch die Möglichkeit genau die Actions wir gehen in Action und da können wir dann angeben was diese Pumpe machen soll wenn ein gewisser Schwellenwert überschritten oder unterschritten wird das hat jetzt aber nichts mit meinem Bereich zu tun den ich definiert habe also nicht die 7,0 und die 8,3 das ist ein Bereich für sich da schlägt dann der KH Keeper Alarm wenn da irgendwas passiert aber ich habe zum Beispiel jetzt hier einmal eingegeben oder wir machen einfach mal eine neue wir machen eine neue Action äh Add Action das ist hier leider wird das noch auf Englisch das kommt aber noch daran wird gearbeitet also ich wähle den KH Keeper aus wenn der KH Keeper Select Command ist Below oder ist Above also ist unterhalb oder ist drüber ich sag jetzt mal ist drunter genau Below ist drunter ähm dann wenn er unterhalb eines Wertes sein soll ich muss jetzt hier den KH eingeben okay hier in dem Fall Moment ist Below ist drunter 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 genau 7,3 da gebe ich hier 7,3 ein das ist mein unterer Wert so dann soll er sprich die KH Pumpe eine manuelle Nachdosierung machen und das ist jetzt eine Sache die muss man erstmal für sich selber rausfinden die muss man nachrechnen mit seinen KH Flüssigkeiten ich weiß jetzt dass wenn mein KH tatsächlich unter 7,3 ist und ich eine 0,2 erhöhen will muss ich auf mein Gesamtsystem 8 Milliliter von der Flüssigkeit nachgeben diese 8 Milliliter gebe ich dann ein 8 Milliliter und ich kann noch einen Delay eingeben ja also sprich zeitlich versetzt dann sage ich mal 15 Minuten genau und das wäre dann der Befehl jetzt also sprich wenn der KH Keeper unter 7,3 ist dann soll die KH Pumpe eine manuelle Nachdosierung machen von 8 Milliliter und um den Wert wieder hin zu kriegen und das 15 Minuten nach der Messung genau was ja auch Sinn macht so dann gehen wir auf ok und dann haben wir da den entsprechenden Task drin so gehen wir auf speichern das wäre jetzt nochmal extra den muss ich allerdings wieder rausnehmen das gleiche Spiel habe ich jetzt im Endeffekt auch gemacht wenn er da gehen wir mal eben rein wenn der zu hoch ist da habe ich die 7,8 angegeben als obere Grenze also sprich ein Spielraum von 0,5 dann lässt er mal eine Dosierung ausgeschoben genau dann setzt er die nächste Dosierung bei mir aus also sprich wenn er zu hoch ist über die 7,8 dann setzt er die nächste Dosierung zu 100% aus da kann ich auch noch hingehen und kann das dementsprechend einstellen und sagen 100% oder 50% man muss dann gucken wieviel dosiere ich das muss man dann sich selber ausrechnen und gucken reicht das um abzusacken oder reicht es nicht in dem Fall wird es reichen und das ist das ganze Hexenwerk das hört sich gut an das ist sehr sehr geil das ist am Anfang als ich die Pumpe eingebunden habe und noch nicht so hundertprozentig die Einstellung hatte da ging es ein bisschen hoch können wir hier in der Übersicht sehen das ist ja normal das ist ja bei jeder Dosierpumpe wenn du anfängst zu dosieren du musst ja erstmal gucken wovor habe ich jetzt meinen Verbrauch du kannst ihn grob errechnen aber das da am Anfang mal rauf runter schwanken sind das hat ja jeder wenn er eine Dosierpumpe hat schon kennt das auch die ganzen Probleme aber das ist ja kein Problem der Pumpe an sich das ist ja normal genau und das ganze wird natürlich dokumentiert ich habe jetzt hier den letzten Eingriff tatsächlich dokumentiert am 13. Februar gut da war über 7,8 okay das war dann auch hier der Punkt wo ich neu kalibriert habe und 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 das ist also der letzte Eintrag ja da hat er die die letzte die nächst anstehende Dosierung ausgesetzt was ja auch noch der Vorteil ist wenn du jetzt solche Sachen hast wenn du jetzt eine Kahna-Erhöhung hast aus irgendwelchen Gründen dann kann ich das sage ich mal nachvollziehen später das funktioniert aber nur jetzt kommt wieder das aber wenn ich jetzt hingehe und sage so wie wir eben gesagt haben wir messen nur zweimal am Tag dann ist das nicht sinnig okay ja alles klar aber das ist ja normal weil ich habe jetzt tatsächlich dann meine Dosierung auf 14 Punkte aufgeteilt und wenn ich ich sage mal tatsächlich einen Anstieg habe warum auch immer der dann bringt die das aussetzen der nächsten Dosierung nichts oder nicht viel weil der nur um 0,3 mal den Weg runter geht wenn ich jetzt einen extremen Anstieg habe weil ich nur zwei Messpunkte gesetzt habe da musst du neu berechnen ja da muss neu berechnet werden also wenn ich jetzt bei der bei dem Messintervall von vier mal von alle vier Stunden bleibe funktioniert das genau ich kann ja mal ein Problem hinwecken haben warum auch immer entweder auf einmal zieht Wachstum an oder Wachstum stopp so das weiß die Pumpe ja nicht da kann ich ja nur messen da muss ich selber reagieren das ist halt der Vorteil ich kann dann natürlich immer schön in der Historie auch gucken was ist mal gewesen genau das war vor drei vier Tagen ja ich habe meine Messintervalle und kann das dann so ein bisschen sage ich mal analysieren wo vielleicht mal ein Problem im Becken war ja was der Grund war wenn ich jetzt tatsächlich hingehe kann man sich noch Notizen reinmachen dann geht das auch zu den einzelnen Messungen ne zu den einzelnen Messungen geht nicht glaube ich das wäre ja cool jetzt habe ich hier zum Beispiel die Übersicht vom gesamten Monat wo wir dann auch letzt angefangen haben wo wir dann zu hoch waren und das zeigt mir dann auch da kann ich dann die Messhistorie sehen ja das meine ich dass man das sieht ja da kann man sich dann dementsprechend übers Jahr oder über die die Messhistorie löschen also oder nur die sieben Tage Messhistorie sich angucken hier das finde ich auch gut wenn das noch sichtbar ist so kann man feststellen ob man mal Probleme im Becken hatte oder nicht oder ja kannst du dann praktisch sag ich mal erklären ne die App hat zum Beispiel noch die Möglichkeiten wir können jetzt hier tatsächlich noch Dokumentationen der Wasserwerte machen das meine ich davon dass ich mir Notizen machen kann das ist nur eine reine Wasserwerte Dokumentation also sprich das was ich auch zum Beispiel beim Aquaculator gemacht habe ja also da das kann ich hier in dieser App auch also sprich nicht nur jetzt ich glaube weiß es nicht habe ich noch nicht habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt ob man das übernehmen kann aber hier kann ich tatsächlich händlich hingehen und die entsprechenden Sachen eintragen ja gut gut ich würde sagen alles in allem haben wir wieder was rausgehauen haben wir heute wieder weiter ausführlich was gemacht ja ist schon wieder lange geworden aber es sind ja auch Sachen sind ja Punkte die sind wichtig finde ich also dass man da mal drüber spricht wir machen es immer so ein bisschen eine Talkrunde was ich auch gut finde und es ergänzt sich was ich vergesse haut er immer um die Ohren also ich sage mal so in allem ich bin auch begeistert von dem Teil also was mir jetzt Daniel alles erzählt hat davon und was er mir berichtet hat ich muss wirklich sagen es ist sauber verarbeitet alles ich sehe keine Mängel in dem Sinne und im großen Ganzen sag ich mal ist das ein top tight ja kann man einfach so sagen ich werde auch schauen werde auch schauen dass wir demnächst noch andere Sachen von Refractory kriegen weiß ich aber noch nicht ob das funktioniert schauen wir mal werden wir sehen wir bleiben aber ich werde euch dementsprechend auf dem Laufenden halten wenn ihr noch was irgendwelche Anmerkungen habt schreibt es mir runter in die Kommentare das letzte Feedback war gigantisch haben mich sehr gefreut muss ich sagen also wenn irgendwelche Fehler aufgefallen sind oder ich noch irgendwas vergessen habe schreibt es runter damit wir das in dem nächsten Video dann aufnehmen können und nochmal die Kritik ist immer erwischt ja genau absolut okay in diesem Sinne würde ich euch sagen schönen Tag Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut bleibt uns treu bis zum nächsten Mal euer Weiber und Markus Ciao Ciao Ci ciao